Partizipation bedeutet, die Reha selbst mitzugestalten. Eine onkologische Reha kann man dann machen, wenn man eine Krebserkrankung hatte und eine Krebsbehandlung hinter sich gebracht hat, um einfach wieder zurück ins Leben zu kommen. Partizipation bedeutet einfach ein modernes Konzept, dass die jungen Leute nach der Krebserkrankung einfach eingeladen sind, ihre eigene Reha auch mitzugestalten und man speziell auf die Bedürfnisse aus verschiedenen Bereichen wie Bewegung, Ernährung, psychologische Inhalte eingeht, eben genau individuell gestaltet, nach den Anforderungen auch des individuellen Menschen. Ganz konkret sieht es so aus, dass wir vor der Rehabilitation dann Informationen zu den Inhalten der Rehabilitation dann den Menschen nach Hause schicken. Das muss man sich wie ein Stickeralbum vorstellen. Und dann die zukünftigen Patienten oder Rehabilitanten, die bei uns in der Reha sind, einfach ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse uns schildern, mit einem Medium zusätzlich, mit Aufklebern, um hier das dann zum Aufnahmegespräch in die Klinik mitzubringen. Und dann aus einzelnen Bereichen wie zum Beispiel Ernährung oder psychologischen Inhalten, Entspannungsverfahren oder verschiedenen Bewegungsformen hier uns dann schon mal signalisieren, was aus ihrer Sicht in der Reha stattfinden soll. Und wir werden das dann medizinisch einfach sinnvoll ergänzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.klinik.de www.klinik.de Untertitelung des ZDF, 2020